Wer jetzt? Alles. Alles Arschlöcher! Komm, lass uns noch ein paar Pillen besorgen. Ich will nach Hause. Bitte. Ich immer den Kürzer entziehe. Verstehst du? Weißt du, ich war verrückt nach dir. Und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da habe ich geweint und ich habe dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay. Aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zuwider war. Und gerade dann sollte man Sex haben, Tom. Ich hatte bis dachte ich, dass Mann motivational ist, dass ich auch noch viele Ge droplets auf Tabed komme jetzt ab, Nei Alter 7, vicearbeiteter Thomas Senglo 58, der Kull Kai Min footprinter, das war endlich mein Franz, da war jetzt mit dem Kull Kai Unig. Und ich wollte mich sein. Ich wollte mich hier im Kull Kai Unig. Und ich wollte mich hier übermates uns tactic,